Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter 4. Es geht weiter mit fliegen. Oh, ja. Ja, die habe ich am liebsten Wow So wir müssen jetzt erst mal dahin die Kacke. Komm her, jo. Ach, ist das nicht schön. Es ist doch wunderbar, oder? Komm mal, komm mal mit jetzt, komm mal mit jetzt. Komm mal, kann mal Chameleon. Ich habe nicht mal mehr Lust zu singen So gut geht's mir hier Nein, ich bleib ruhig. Ach ja, die, die, haben wir die Pilze nicht schon zerstört? So, ich mach die Kacke hier an Jetzt holen wir. So, jetzt geht's. Jetzt holen wir einfach die Kacke da runter. Komm, schnell. Ja, ach ja, stimmt Okay, jetzt ballern wir die, die fliegen kommen halt wirklich unendlich nach, ne? Wir müssen einfach rennen. Ja eben, das sag ich ja. Das ist ja Käse einfach. Alter, dass der da nicht rüber gehen kann, ist der gestört, der Junge Ja, äh Kommen mir alles sehr bekannt vor. Kenne ich. Ich habe ein Deja Vu Ein Deja Vu. Alter, geh weg! Es geht halt nicht. NICHT haben wir geschafft bisher! Herpes! Herpes, ey. Ich will auch einfach agieren. Nein, ich bin kackt, du Mann! Scheiße, du. Ich will einfach nur weinen. Aber Herpes zeigt irgendwie Einsatz. Echt, ey, wir machen die, die, die zehn Schritte der Trauer durch im Moment, ey. Schnell, 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 schnell. Was ist das denn hier? Achso. Nicht das! Alter, du Kackpflege! Äh, stirb und leide! Ich leide auch, ey. Sterb in der Hölle! Ein blödes Kackvieh. Das Spiel sollte anstatt einer Folterstrafe gemacht werden. Und zwar... Immer! Einmal nur. Alles andere ist nicht menschenwürdig. Einmal nur. Ja. Ey, wie schön er die Blumen da aufzwirbelt, ne? Ich bin so glücklich gerade. Ich bin einfach vollkommen schön aus. Gut, dass ich meine Sonnenbrille kaputt gemacht habe, als kann ich mir durch das Arten nicht kratzen. Ah, dem ist ja... Hier haben wir richtig viel Frösche verloren. Das darf uns jetzt nicht passieren. Achso, ja. Ich wollte hier das Tor aufmachen. Ja, Harry wollte das Tor wieder schließen. Dann hat er einfach raus. So, Harry. Der blöde Ficker! Mach die Kacke jetzt auf, ey. So, jetzt kommt der erste Knecht. Hier müssen wir jetzt ohne Schanz... Ja, einfach raus, direkt. Ich bin ein bisschen hochheben, ne? Komm, pass auf, dass er sich jetzt umrammt. Okay. Was macht der denn? Junge! Wo ist Harry? Ach da, der Kacke. Hebe ihn hoch, hebe ihn hoch, hebe ihn hoch! Was macht Harry da, Alter? Der wirft einen Stein auf! Was? Jetzt kommt noch einer? Ja, wir hatten den anderen Gott sei Dank schnell, relativ schnell besiegt, letztes Mal. Aber das ist ja jetzt auch total... Ah, haben wir, haben wir. Oh, Harry ist tot. Wie, war der tot? Der andere? Ja, ein Schein. Ey, jetzt hebe ihn hoch! Hau ihn weg! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Ach, dann ist das Gesicht von dem. Ich dachte, du hast ein ganz schönes Arschgesicht, Junge. Die scheiß steine Nerven! Der Harry, der hat es, der weiß wie es geht. Der weiß wie es einfach wie es geht. Pass auf, pass auf, pass auf! Wie viele Frösche haben wir denn, hat er gesehen? Der Harry stirbt gleich, der Spaß, ey. Weil das einfach nicht... Toll. Harry ist tot. Und? Wie viele Frösche? Ach, gar keine. Okay, das waren nur doch wir. Na egal. Na ja, wurscht. Ja, ja. Ah fuck! Harry ist schon wieder tot. Der scheiß stein! Harry ist schon wieder tot. Ich bin das... Ja, der liegt da. Pass auf, pass auf, pass auf. Alter, er spermt einfach mal die ganze Bude zu. Jetzt schnell. Ich hasse dich. Jetzt haben wir noch vier. Dich. Vier, drei, was? Jetzt... Was? Ach nee, wir hatten vier, jetzt haben wir drei. Alter, was? Jetzt hebt die scheiße hoch, Harry Baller! Schieß! Oh, wieso verlassen wir uns auf Harry... Oh, danke Gott. Oh, okay. Danke, lieber Gott. Wir werden jetzt hier nichts löschen. Das können die alle selber machen. Letzten Jahr. Renn nicht rein, ey. Wir haben kaum noch irgendwas. Alter, ey. Das ist so eine... Zerstörung. Ich hasse dich, Harry. Warte mal, wir dürfen hier... Nee, lass doch mal gucken. Ey, wenn wir jetzt hier ein paar Schilde liegen lassen, nur weil wir jetzt nicht mehr wollen, wäre das einfach zu bitter. Wir hatten am Ende acht. Fuck! Alter! Mit der Kamerad kann man's aber auch nicht sehen, ey! Das war aber lustig. Ich fand das gut. Kann man... Kann man das ausmachen hier? Nee, kann man nicht. Von dem Stein. Nee, war auch nicht mehr. Hey, der ist da durchgebrochen. Ja, der hat mit dem Stein dann alles kaputt geschlagen hier. Wollt auf jetzt. Schlagen! Toll. Was hat mir das bringt uns das denn? Eine Bohnen oder was? Ah! Ah! Mh! Perfekter Zauber. Das ist die Kacaron. Axio! Axio! Ah! Und wie geht's dir? Alles klar? Gut, ne? Hallo! Hast du jemals um diese Uhrzeit so eine Scheiße gemacht, wie vor und zuvor? Ne. Nö. Ja. Wieso liegen hier so viele Steine rum? Ich weiß, das hat ne mehr, ey. Irgendeiner von uns meinte so, hey, lass das mal machen. Ja, ich glaub das... Brauchst du nicht? Kannst du dir sparen? Wir kommen da noch nicht hoch. Ja, aber wieso nicht? Weiß ich doch nicht! War aus irgendeinem Grund. Ich will einfach nur das Level hier einmal beenden. Ja, aber... Damit wir nicht jedes Mal wieder von neu anfangen, wenn wir sterben. Das ist völlig wurscht, was jetzt einmal hier die scheiß Brücke runter, damit wir hier... Alter, jetzt kommen hier gleich wieder 10. Oh, Mann! Alter, ich seh dich doch, blöd Scheißvieh. Nehm, nehm... Na komm... Mach es schon! Ne, geh weg, du blödes Kackf***vieh. Ich hab ihn. Brillant. Kessel sind echt wichtig, weil der kriegt mein Leben. Harry! Oh, ich hasse dich einfach, ne? Durch, einfach durch. Harry ist einfach so ein abgef***ter F***er. Ey, wie sollen wir die ganze Kacke hier holen, ey? Ja, ich krieg zu viel. Da drüben war auch schon... Hast du das gesehen? Ich baller zurück und du machst die Kacke da. Richtig wund. Mach ich die F***er. Ich hab doch keine Gnade mehr, ey. Ich fasselte einfach nicht mehr. Ob das Teddybären sind oder fliegen, ich f*** die alle weg. Und ich werd jetzt auch nix hier wegen die scheiß Statuen zerstören. Die sind eh nur Bohnen. Das interessiert die keine Sau. Alter! Das ist jetzt dumm. Toll, das ist nur ne Tür. Mach die Tür doch einfach auf. Alter, als ob das auch mit der Hand nicht geht, ihr dummen Spasten. Ihr seid die dümmsten drei F***er, die ich in meinem Kackleben je gesehen hab, Alter. Ja, Alter. Drei Fragezeichen sind echt ein Scheiß gegen euch. Alter, nix gegen die drei Fragezeichen. Nix gegen die drei Fragezeichen. Ja, okay, ich hab übertrieben. Ja, ich will... Nö, Bohnen, f*** dich weg! Herpes! Ich hab keine Kraft mehr, um zu schreien, ey. Ich akzeptiere das jetzt einfach nur noch. Echt, das war letzte Folge, war der Höhepunkt meiner ganzen Karriere. Alles. Meines Lebens. Der Höhepunkt meines Lebens. Harry ist wieder oben, ey. Keinen Schaden mehr nehmen. Echt, ey. Und du kriegst den... Gut. So, den Schild nehm ich mit. Wie gerade. Zack, einfach den Scheiß zervögel. Alles f***. Zack und wieder raus. Sorry. Weg da. So viele Bohnen. So viele Bohnen. Das ist doch wirklich nichts besseres... Als Scheiße. Als Scheiße in deinem Gesicht, ey. So, komm. Ich kack dir in die Fresse. Jetzt mach hinne da. Was machst du denn da für ne schwachsinnige Kacke? Kack, kack. Was soll das eigentlich hier unten? Und wo ist das Schild von vorhin eigentlich geblieben? Ist mir scheißegal. Wir gehen hoch, nehmen das Schild und den Rest von mir... Boah! Okay, ich passe immer auf, dass die nix machen und du machst die Scheiß hier auch. Gute Idee. Er ist guter Junge, Alter. Echt? Das ist so der... Ich kann nicht mehr. So der f***. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht mehr kann. Es ist gut so. Es ist einfach gut. Komm her, du scheiß Fliege. Ich weiß, dass du da bist. Nee, nee, nee. Geh nach Hause. F*** dich weg. Boah, hier ist jetzt so eine scheiß Larve. Komm. Schlüpft die etwa neu? Die kommen die ganze Zeit. Aber da haben wir ignoriert. Vielleicht sind ja wieder gewachsen oder so. Das ist das Problem. Oh nein. Komm, die Feuerf***er. Jetzt machen wir wieder S. Direkt S. Ja, direkt S. Zack, 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 zack. Und los geht's. Komm her, Jungs. Ich knall euch weg. Geilen Typen. So, ich mach hier... Mach die... Mach die... Lappen da kaputt hier. Da, genau. So. Man merkt langsam, wir sind eingespielt. Ja, umgespielt sind wir. Nach zehn Jahren der enttäuschten Kacke in meinem Arsch. In deinem Gesicht, ey. Ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist doch... Alter, F*** die weg. Jetzt kommt da... Ey, warum kommt die jetzt? Ich war nur nicht. Oder... Ah, ne, die betäubt. Ne, die betäubt nur. Mach die tot, die Larve. Töte Larven. Töte diese Larven. Ich balle hier einfach nur ruf. Ich balle hier einfach nur ruf. Larverlichter, lecker. Larverlichter, F***. Larverlichter, F***. Larverlichter, F***. Ich schwänzle durch die Klof. Ich könnte... Sonnenschein... Gucken, Mensch. Das war der wunderbarste Moment meines Lebens hier, ne? Ich liebe diesen Moment. Ich bleib rechts, du gehst links. So, bumm. Schnell. Schnell. Deine Spraute... Oh, da oben gegen die Kante. Zack. Zerstöre dich mit den Kesseln. So, und wo bleibt jetzt das Schild? Das Schild... Ja, wir müssen runter und da ist es wahrscheinlich. Und dann was? Runterlaufen. Ne, aber nicht jetzt wir wieder... Ne, das war ja abgesch... Alter, die Kacke, ey. Das Schild ist runtergefallen. Wir müssen... Da, sammle Dianthuskraut. Was? Wat? Wat ist denn das schon wieder? Man, du Spiel, erklär doch mal irgendwas. Dianthuskraut, ey. Ich... Gib dir gleich. Ich F*** Schwänze. Ich F*** Schwänze. Pisse in den Arsch. Da ist ein Schild. F*** dich weg, du Nazi-Kacke. Wir haben auf jeden Fall weniger als vorhin. Wir haben acht vorhin. Komm, Runa. Die kommen dir entgegen, ne? Und die Kamera jetzt. Pass auf. Ja, jetzt geht's wieder los. Kamera ist gut. Kamera OP. Geil. Wunderbar. Du hast die Damage geklückt. Ja, spürst du die Kraft in dir, Alter? Ich spür keine Kraft mehr, ey. Ich spür nur noch Schmerz und Herpes in mir, Alter. Spürst du den Herpes in dir, der dich zerhertreibt? Und zerreibt? Alter, der Ron hat immer noch richtig Bock. Wissen, so muss die Kamera auch sein. Vielleicht jetzt nicht ganz so, aber es war besser als gerade das. Ich hab keine Lust. Dass die auch immer gegen die Wände ballern, wenn man die Treppe runter rennt, ey. Geh. Ich geh, geh. Echt. Das Spiel mag... F*** die Jungs weg. In die Kluft. Nichts ist hier ausgezeichnet. Wenn mein Sch*** dich durchdringt, dann ist das vielleicht... Atemlos. Hier, jetzt die Kacke löschen? Nee. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Und da ist das Schild. Wir sind weiter, ja. Alter, wir sind kurz vorm Ende gestorben und durften alles nochmal machen. Sind wir da gestorben? Ja, kurz vorher auf der Treppe. Alter, echt? Ja. Weil Harry der Knecht... Da ist das Dian, du Scout, das nehmen wir zuerst. Hä? Hä? Was? Achso. Wir müssen alles löschen. Was? Oh, ich nehm jetzt das... Ah. Nee. Hä? F*** das drauf, ey. Nee, das ist das Kraut. Das Schild ist das Kraut. Ja. Boah. Wie in guten allen Zeiten, weißt du, damals, wo wir Level geschafft haben. Wo wir einfach was gemacht haben. Wo wir auch noch nicht unsere... F*** dich weg, das interessiert mich nicht. Bewandert. 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 Saskia, komm in meinen Mund. Ihr geht jetzt auch so ein bisschen auf. Talentiert! Gut. Boots Faust. Entschwindende Kinder. Ach komm, ich will das nicht mehr hier sehen hier. Karten auch nicht. Brauchen wir nicht. Schön Köpfe. Komm. Und jetzt, wie viel brauchen wir für das nächste Level? Acht. Acht Karten. Zehn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wenn wir richtig viel jetzt brauchen. Nein. 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 Wir gehen... Ne, vor allem, das heißt, wir müssen noch zehn. Hä? 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 Zehn. 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 Ich f*** Schwänze. Ich f*** dein... ...ge... ...mutter. Alter, ey, nee. Mach doch, du Jule. Neee. So. Jetzt, in welche Richtung? Ach, hier sind wir, ja. Ist mir scheißegal in welche Richtung. Da? Hier runter müssen wir. Ja, jetzt heißt ja eigentlich nur noch einsammeln, das geht ja relativ schnell. Ja, ich hoffet mal. Zehn. Selbst wenn wir die alle kriegen. Zehn. Ja, hier kriegen wir bestimmt schon mal vier oder so. Lutsch den. Ja, Kavi Kokos, ey. Wir müssen doch erstmal wieder hoch die... Oh! F*** euch! Ja. Nee. Nee, nix Bohnen. Arsch***er. Nein! Das gibt's doch nicht! Waaah! Wieso sind diese Dinger überall? Ich will nicht mehr leben, ey. Ich hab die Schnauze echt voll. Du dumm gesitzt dings... Alter, durch die Wand, genau. Check dich weg, du F***er. Mach die Dinger! Ich halte die auf! und macht weiter ich will auch nicht mehr laufen die aufnehmen müssen hier lang wegen dem dampf alter gepäck ich sehe dich doch nur fettes hässliche scheiß ich kann die laufe weg scheiß laufe habe ich schon so ist so hier weg damit die wand ich habe das gefühl ich bin mein ganzes leben lang an diesem spiel ist ja auch mein ich habe das gefühl ich sitze mein ganzes leben lang hier schon geh doch einfach nach hause in deinem kackenest ich bin ein ich bin ein ich bin ein totaler ich sage ich überhaupt noch was ich drücke ich weiß es nicht sag ich was ja du sagst ich sag was was pisse in den arsch weil es stand dann jetzt schon wieder hier ich könnte sich hier machen was ist denn hier was ist denn hier wegen dem ja wir gehen wir gehen nach hause ich will auch warum ist die kacke denn wieder zu kommen jetzt auch neu fliegen aber ist das denn hier für eine scheiße warum laufe ich denn nicht mehr ich hasse sie das hat denn hier für ein saft ja hier ich will immer mehr mühe in der kamera zu sitzen oder mikro ich will einfach nur noch sterben macht die unterhaltung allein ohne mich ich habe keine lust mehr so haben wir nicht gerechnet hier im spiel da also ich habe ich habe gewusst es wird schlimm ich habe gerade in dem vlog also in meinem vlog habe ich das spiel auch auf dem boden zerschmettert und ich habe zertreten ja coole kamera klein feuer ich hasse dich ich hasse dich in deiner ritze wenn wir jemals er ist tot wenn wir jemals wieder glücklich ich glaube das könnte jetzt mal abhauen geh nach hause du warzenvieh kommentier lang nehmen müssen hoch ne alter jetzt haben wir hier die kacke in der fucke dann haben wir die kacke ja auch ganz umsonst jetzt aufgemacht weil nachher ist das eh wieder zu hoch die feuer löschen die karen drehen kacke ich renne bis die ganze hin und dann dreh ich die kacke ich das auch schön ich mach auch so alter für euch extra für euch ich habe mich selten so scheiße gefühlt das ist die folter das ist die reinste folge ihr müsst euch vorstellen ihr kriegt das einmal am tag für 15 20 löschen die scheiße und alle sind fast 20 minuten und wir haben schon wieder fast nichts geschafft so jetzt dampf aus bitte den dampf in die termine gut ich bin einfach nur noch ich ich fühle mich als hätte ich einmal zehn tage nichts gegessen nichts getrunken ja ich habe auch gerade ein gefühl im magen jetzt verstehe ich einfach nicht ich habe keinen hunger ich habe keinen keinen satt oder so dass erst mal hier lang gut nee aber hier geht es noch gar nicht lang doch da ist oder wir müssen jetzt noch mal zehn kilometer links und einmal nach rechts ich will nur noch sterben ich will nur noch sterben dieses spiel ist die folter bei mir läuft schon wieder ich bin so früh über meine sonnenbrille ja ich auch ist wie bei der beerdigung gekriegt also mich schützt hier am besten die ganzen pflanzen sind wieder zu ey es hat uns nicht ach doch da können wir jetzt hoch ich glaube ich sehe ich komme wieder zehn fliegen weil fliegen wenn fliegen 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 hinterher Warum machst du die auf die brauchen wir gar nicht doch nein ich brauche die für meine seele Ach da willst du lang da ist aber nicht mal was doch da können ich brauche ganz andere dinge für meine seele Gesicht ich brauche gesicht herz leber scheiße kacke pisse wichse anus kack Ich die boden weg wenn der noch einmal boden sagt drehe ich ihm sein sein kack schutz drehe ich ihm um Ich bin mir so kack egal was ich sage die leute könnten fliegen wieso wollen die sollen das mal machen Setzt euch fünf stunden mitten in der nacht hin und spielt das Ich hasse mein leben Wie sollt meine mutter mich geboren ich hasse es es kann kommen wer will und wenn die merke sagt ey leute Sagt so war Herb ist für dich und deine mutter Anhalt gebe Ich habe nach hause wir haben dich doch schon zehnmal gekillt Wie kann man nur so penetrant und scheiße sein Ich bin echt da Ich höre immer noch ein Drecks wie wenn das noch irgendwann hilft Wir haben das hier noch nicht fertig glaube ich Nee ich bin fertig mit allem Mach den Drache Mach den Drache Hier das was ist das hier Drache das haben wir doch gar nicht gemacht Hast du schon vergessen Hab ich vergessen Das kommt manchmal bei mir vor Der Witz ist wir können Die ist behindert Die ist eingemauert Eine Freimauer Nee Ja jetzt gehen die Pflanzen wieder zu Wir nehmen die Schilde an Ja ich nehm deinen Jaaaah Noch neun Oh Ich bin Nein Oh die Kacke weg Alter ist das gestört Das ist schon der Ich kann Oh Exponentielle Scheiße Rein Oh Ne Willst du nicht mehr Guck mich doch mal an Guck mich einfach mal an Ich weiß Wir sind zerstört Das ist die Live Schaltung der Zerstörung Das ist die Live Schaltung der Zerstörung Nein Warte warte bevor wir da jetzt hingehen Ist Ende Ist Ende? Ja Tschüss Tschüss Ich will ne mehr Macht doch irgendwas Möcht Youtube wir wollen da ne mehr Ey das Internet muss weg Ich liebe euch aber Macht bitte was sinnvolles mit eurem Leben Nicht so wie wir Das ist es nicht wert 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 Oh man Harry hat fast so viel Boden wie du Tschüss Ja das war Folge 12 Ähm unten findet ihr alle möglichen Links zu Social Media und unseren Kanälen Oben die Playlist und ähm Wenn ihr auf mich klickt die nächste Folge Die Interessant wird Es wird nicht Ja die nächste wird ähm Wird gut äh bis morgen Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020